Hallo zusammen. Habt ihr auch keine Lust mehr auf diese 0815 Schulplaner, mit denen wirklich jeder rumrennt? Dann habe ich hier genau das Richtige für euch. Den neuen Betzold Design Schulplaner. Er sieht nicht nur klasse aus, sondern hat auch jede Menge zu bieten. Er wurde von Lehrern für Lehrer entwickelt. Er vereint praktischen Inhalt mit einer tollen Farbgestaltung. Und wenn ihr den Schulplaner öffnet, dann seht ihr direkt, was ich meine. Alles wurde individuell gestaltet, schön bunt, handgezeichnet, mit viel Liebe zum Detail. Entsprechender Jahreszeit wurde der Schulplaner angepasst, sodass es zum Beispiel in den Herbstmonaten mit Laub beschmückt wird oder in den Wintermonaten mit Zannenbäumen. Herzstück des Betzold Design Schulplaners ist das ausführliche Kalendarium. Es ist wochenweise aufgebaut, also Montag bis Freitag, und bietet jede Menge Platz für eure Notizen. Ihr könnt zum Beispiel auch To-Do-Listen anlegen oder die Highlights der Woche vermerken. Immer zu Beginn des Monats gibt es eine Monatsübersicht, in der ihr bereits seht, wenn zum Beispiel Feiertage oder sonstige besondere Tage anstehen. Ihr könnt euch Notizen machen, was in diesem Monat wichtig ist, oder To-Do-Listen. Zudem wartet vor jedem Monat eine tolle Überraschungsseite auf euch, wie zum Beispiel hier eine Rezeptseite für Nussriegel. Ihr dürft gespannt sein, was ihr sonst noch entdecken könnt. Der Betzold Design Schulplaner bietet Platz für zwölf Schulklassen mit jeweils einer Schüler- und Notenliste sowie einem Stunden- und Sitzplan. Das Besondere, ihr müsst bei den Schüler- und Notenlisten die Namen der Schüler nicht doppelt eingeben. Ihr macht das einmal bei der Schülerliste und klappt bei der Notenliste die entsprechende Spalte einfach um. Und schon könnt ihr die Namen von der Schülerliste auch für die Notenliste verwenden. Das spart natürlich jede Menge Zeit. Jetzt kommen wir noch zu dem hinteren Teil des Betzold Design Schulplaners. Hier gibt es noch ein paar nützliche Checklisten. Ihr könnt zum Beispiel hier eine Liste anlegen für Elterngespräche, also wer hat teilgenommen, wann war das Ganze, das Thema und was ist nun zu erledigen, so dass ihr auch nie etwas vergesst. Da gibt es natürlich noch mehr, wie zum Beispiel eine Kollegenliste oder eine Liste für verliehene Materialien. Alles, jede Seite liebevoll bis ins kleinste Detail gestaltet. Es gibt natürlich noch jede Menge mehr zu entdecken, wie Lehrerstundenpläne oder Ferientermine. Auf der ersten Seite habt ihr hierfür eine ausführliche Inhaltsangabe mit der entsprechenden Seitenzahl, so dass ihr auch sehr schnell das findet, was ihr sucht. Also wie ihr seht, mit dem Betzold Design Schulplaner kommt ihr bestens geplant durch euren Schulalltag und ihr seid damit mit Sicherheit ein Blickfang, denn das hat nicht jeder. Und ich denke, es sollte in keiner Lehrertasche mehr fehlen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.